Und wir sind wieder zurück in der Welt der Wüste, die ich mache so mit dem Bosskampf in der, ja, Castle von der Wüstenwelt, Bowsers Kugelwilli-Kulone. Und die ist hart ätzend, ich erinnere mich noch dran. Weil da kommt ein paar böse Kugelwillis und die haben erst ganz schön inses. Also das ist erst ein kritisches Level, aber schauen wir, wie gut es laufen wird. Richtig, hier muss man auch immer mitgehen, darf aber nicht so schnell sein, nicht so langsam. Also hier ist erst Force ist geboten beim Level. Ich glaube hier wäre, weil jetzt bin ich ein Beispiel erst so weit hinterher, das ist das, was ich meine. Das heißt, wie man eigentlich hat, erst gar nicht auf die Suche nach irgendwessen speziellen Sternen oder sowas gehen. Mit dem Wissen, dass hier der Falle im ersten Kader drin gewesen wäre. Ich glaube hier war bestimmt irgendwo in Sternen, in irgendwas verpackt. Übersicht sind noch keine, die einen direkt verfolgen. Wir sind hart viel kritischer. So, hier haben wir ein cooles Item. Mit Convenience Sachen einfach wegballern, die mir hart auf den Sack gehen. Und das ist cool. Wir probieren, dass wir einfach automatisch ohne, dass man überhaupt irgendwas machen muss. Was hier war, mal nette Grüße zu den Kollegen verteilen. Dann heißt es halt abwarten, so. Das Item eigentlich ist so lange, wie es so geht, behalten, ne? Ich will den Stern. Möge es kochen, was es wolle. Lol, wo habe ich es denn anders denn aufgegabelt? Scheiße. Gute, was Hartkritt ist. Aber egal. Hier oben gab es keinen Stern, das ist gut. Und wäre doch, sei es mir in dem Fall gerade egal. Wir haben einfach keinen Ärger. Ja, aufkommen lassen. Doch, dann wäre ich glaube, es ist der gewesen, irgendwo in einem von den Kisten. Aber ich, es war ein Reißen, ja. Ich sag, es sind ja keine von den Dudes, die jetzt da so ein 100%-Gesichte draus machen müssen. Hier heißt aber, man kann irgendwo hinrennen. Da muss man ja nicht mal auch scheiße großartig irgendwie, ja, so Springmeister sein. Gut, da habe ich es denn nicht gesehen. War vielleicht jetzt ein bisschen mies. Und da ist es einfach so ein Weg, ne? Ich habe jetzt ein Leben verloren, beinahe fast. Bilder war das nicht, also das war es nicht so weg. Doch, der dritte ist, der wäre da gewesen gewesen, aber das wäre es halt nicht mehr möglich gewesen, jetzt noch zu holen. Ähm, mach's mit zweien. Irgendwann ist ein gutes Video, das ist auch erst drei Minuten lang. Könnte man sich jetzt auch ein erneutiges Mal damit anlegen, um den letzten Stern da noch rauszuholen. Jetzt mal, weil wir jetzt eh ein Leben auch gesenkt bekommen haben, ist mir das glaube, es das Leben wert. Also würde ich mal nichts verlieren. Weil es halt ein lässer alles kurzes Video. Hätte ich den Bosskopf zuerst noch im letzten Video mit reinbauen können. Egal. So, das Ding, wir haben jetzt noch 43 Sternen. Ich weiß ja nicht, wie viele Sternen wir am Ende brauchen. Ähm, das ist das Kritis. Und vor allem, wo man die ja noch alle finden. Aber wir halten uns ganz gut und tapfer. Weil es sagt, du, dass man nachher erst ganz so ins Witzen kam. Aber ich glaube, zu Sternen, du holst es einfach noch beiseite. Wenn ich die halt brauche. Äh, äh. Jetzt hol es, Leute, ich muss das mal niesen. So, ja, hier fällt uns halt leider einer. Hier haben wir alle. Hier haben wir alle. Hier haben wir auch alle, die gehen. Hier fällt uns halt leider einer und hier auch. Ich glaube, das kann man auf der Karte, wenn beide wer sehen. Ähm. Ne, kann man das. Äh, ich bin verwirrt. So, jetzt. Hier haben wir alle. Hier haben wir auch alle. Hier haben wir auch alle. Hier haben wir auch alle. Hier auch. Hier fehlt mir ein 2. Hat last und hier haben wir alle. Also da fehlt uns 2 in der 1 Welt. Ja, ich glaube, das sind mit der 2. Welt. Hier fehlt mir einer. Okay, aber wir müssen die mal sehen. Hier haben wir alle. 3 fehlen wir jetzt insgesamt. 3. Ja, 4. 5 insgesamt ist der zum Sternen. Muss man dann nochmal auf Suche gehen, sobald mal. Sobald ist halt aufgefordert, wer hat das nicht. Die Sterne hat. So, und von der Wüste geht es nämlich jetzt in die Allgäne der Kälte. Das ist so ein gutes. Schau doch mal, Assassin's Pro Family für mannfors nächste Bowser Castle in Preustel. Ja, hier ist es halt kalt. Die bei uns auch im Real Life. Man kann ihn hier noch gar nicht mal sehen. Oder wie man das Bowser Castle braucht. Uncool. Aber es ist halt schon geöffnet zu haben. Das haben wir doch mal sogar so genug ins Wissen. Ich mag die Musik aus dem Game so gerne. Und die Weihnachts... Ja, der wird bei der Weih auch. Echt so schön. Ja, in dem Sinne soll es das dann auch schon wieder. Mal wieder. Mit dem Part gewesen sein. Bosscamp. Ihr seht es, den hat nicht so lange. Morgen ist weiter. Debt dran. Bis morgen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.